Chrissi muss mir jetzt sagen, was davon das Teure und was das Günstige ist. Nummer 1. Ich kann ja jetzt schon sagen, was das ist. Und Nummer 2. Das Zweite ist das Teure. Ihr habt jetzt einfach das Gleiche gegeben. Teuer und Günstig. Das ist das erste Eis. Das ist das zweite Eis. Das erste ist sogar leckerer, aber ich glaube, das zweite ist das Teure. Falsch. Zeit für Mini-Pizzen. Günstig, teuer. Und? Die sind teure. Hat Chrissi gut gemacht, oder?